Ich glaube das Schlüsselwort dafür ist Transparenz. Wir müssen erstmal wissen, welche Ressourcen hat die Stadt. Das heißt, sowohl auf der Angebotsseite ist es im Endeffekt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, ist es ein Wärmekraftwerk, ist es im Endeffekt die Batterie in einem Auto und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch wissen, wofür soll die Energie verbraucht werden. Und Ressourcenoptimal heißt natürlich, dass das Thema Angebot und Nachfrage zusammenpasst. Ich glaube, wir reden ganz, ganz viel vom Internet der Dinge oder vom Big Data. Und ich glaube, wenn es um das Thema Transparenz geht, ist das Wichtigste, wir brauchen eine offene Plattform, wo die Daten reingestellt werden. Und ich kann es mir sagen, ich habe alle meine Unternehmensdaten in ein Open Data Portal gestellt. Wir haben dieses Open Data Portal mit der Stadt abgeglichen, das heißt, wir tauschen jetzt gegenseitig die Daten aus. Und ich kann mir vorstellen, wenn das jetzt nicht nur zwei Unternehmen und eine Stadt machen, sondern ganz, ganz viele andere, dann stehen halt diese Informationen vielen, vielen Menschen zur Verfügung. Und damit können wir das Thema Transparenz auch begreiflich machen und damit der Stadt auch helfen. Transparenz Black Gold